Viele Panasonic Micro-Hifi-Systeme unterstützen die Musikwiedergabe über Bluetooth. In diesem Video zeigen wir euch am Beispiel des Systems SCHC2040, wie ihr euer Smartphone oder Tablet per Bluetooth mit dem Gerät verbinden könnt. Für die Verbindung schaltet ihr das Gerät zunächst ein. Drückt und haltet jetzt die Selektor-Taste am Hauptgerät, bis Pairing im Display erscheint. Nehmt nun euer Smartphone oder Tablet zur Hand und ruft die Einstellung zur Bluetooth-Paarung auf. Wir zeigen dies am Beispiel eines iPhones. Schaltet dort Bluetooth ein, sofern noch nicht aktiviert. Die Suche nach vorhandenen Bluetooth-Geräten startet automatisch. Das HiFi-System erscheint nach einem kurzen Moment unter seinem Namen in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte. Tippt jetzt auf den Gerätenamen. Die Verbindung wird automatisch hergestellt. Sollte ein Sicherheitscode abgefragt werden, lautet dieser 0000. Sobald für das HiFi-System verbunden angezeigt wird und im Display der Anlage der Name des Smartphones erscheint, ist die Verbindung hergestellt. Jetzt könnt ihr wie gewohnt eure Multimedia-Anwendungen und Dienste nutzen, während der Ton über das HiFi-System wiedergegeben wird. Sobald für das HiFi-System verbunden angezeigt wird.